Ahoi Pyrus! Willkommen zu einem neuen Video der Uraltserie und heute gibt es von mir die Niko Steam Hammer 25 Schuss Batteriefeuerwerk im Kaliber 18 mm 5x5 Schuss. Sollte vielen von euch bekannt sein, die schon länger im Feuerwerksthema drin sind und das ist wirklich eine ganz ganz alte Batterie. Eine sehr sehr schöne Batterie. War mit einer der ersten Batterien, die ich jemals selber gezündet habe und dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Niko Steam Hammer. Eines der besten Teile von früher für 6,50 Euro. Unglaublich! Jawohl!